Hallöchen oder herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online Heute mit dem bekloppten Idioten wieder da und dem Luca Dora Ja, Luca Dora ist jetzt auch auf dem Server Und wir machen jetzt ein bisschen Deathmatch Hey! Wir bringen jetzt sinnlos Menschen um Obwohl keiner auf dem Server ist Es ist keiner außer uns auf dem Server, ich hoffe ihr wisst das Es ist ein öffentlicher Server auf jeden Fall Erstmal schön den... Sief, Digga! Das ist ein Deathmatch, habe ich gehört Der Tschüssi, der Reifen, du Spast Oh, das ist ein Supersportwagen Erstmal eine Palme geknutscht, so wie ich sein sollte Das ist der erste Supersportwagen, den ich für 250.000 gekriegt habe, Alter Und der ist gar nicht mal so schlecht Ich hänge hier fest Also gar nicht Alter Welches Deathmatch machen wir denn jetzt? Free Deathmatch Ich fang an Weg hier Weg hier Weg hier Ah Alter, Alter, Alter Boah Ja, klar Pfeiler aus Stahl Bleibt ruhig da stehen Alter, was ist denn hier los? Geht doch mal alle auf den Seicher da Was ist denn mit euch falsch? Lass ein paar Granaten fallen Du kannst ruhig auch mal was auf den Penis kriegen Bitte was? Nix What the... Oh shit Alter, ich lass die Granaten fallen Sterb mal da dran Alter So, diesen Bastard fang ich jetzt ohne Gummihänge Mit Anlauf, Alter Oh ne Scheiß Diesen hässigen Bastard Wieso hab ich denn jetzt sofort wieder Sterne Wo ich hier respawne WTF Er fährt hier gerade Warte Armer kleiner Passant Ich weiß gar nicht, was du willst Ah, wieso? Ich hab Passivmodus, Alter Ey, ey, ich bin friedlich Die wollen mich Achso, die Cops Ja, da mach ich mit Ja Dominik Komm, wir machen den Exit Heben das Polizeiauto Los Nein Du bist jetzt nicht gestorben, Alter Sorry Ah, wie blöd Also, machen wir jetzt ein Deathmatch oder nicht? Ja Achso Ja, nein, Alter Ja, nein What the... Denn jetzt fick ich deine Leiche Lauf mir gegen das Auto Ohne Gummi Ohne Scheiß Ich hab dich nicht gesehen Anlauf statt gleich geht Schöner Wagen Och, nö Danke sehr Ja, nö Ist der Wixer im Passivmodus, weißt du? Ne, doch nicht Ich konnte dich nicht anversieren Anversieren Anversiert Ich bin versiert Ich bin daran, weil ich einfach geil bin Weil ich einfach geil bin Luca ist geil Luca ist geil Wieso stirbst du nicht? Ach, du stirbst ja doch Es lohnt sich, aber nicht, wie ich dabei auch sterbe Hm Weil du ein Spaß bist Boah, wo wird das hier nehmen? Weil du ein Spaß bist Oh, jetzt sind wir richtig dicke Bitte was? Ey, lauf doch nicht weg Bitte, bitte was? Alter, darauf steht er, ne? So richtig dicke, Alter Alter, du hast ein Loch im Arsch Wieso kannst du nur noch laufen? Das kann doch gar nicht sein Ah, ellergy rha 8 Wieso möchtest du, dass wir Grand Theft Auto 5 spielen? Weil das eine Einladung zum Deathmatch ist. Ich würde aber keinen Deathmatch machen. Hast du doch gerade die ganze Zeit gesagt. Wir machen Free Deathmatch, Alter. Wir bringen uns so lange um, bis es keinen Spaß mehr macht. Ja, das hat schon aufgehört. Nö. Du findest immer wieder einen Grund, ihn zu töten. Marvin! Ja? Champagne. Komm mal. Oh, alle kommen. Oh, Alter. Wir können auch ohne ihn das Flam. Ja, könnt ihr. Hat einer von euch eine HDTVR? Oder einer von euch einen guten PC? Oh. Dann haben wir jetzt offiziell ein Problem. Ja. Wenn du ein Spaß bist. Spaß bist. Drück mal auf Schnell statt. Ich würde noch ein paar Leute dabei haben. Pär Leute dabei haben. Pierre Sternbrück. Leute. Dominik, du musst auch beitreten. Hä? Ach so. Ja. Ich könnt ja mal. Welcher Bastard ist der bitte? BW2 Gamer? Ja, der dich gleich auseinandernehmen will. Wer ist das denn? Ja, was denn? Hör. Iiii. Alter, das ist so. Nimm keine Rücksicht auf den Schwarz. Ich zeig dir gleich mal meine Black Skills, mein Freund. Nee, die Musik ist scheiße. Ich brauch was Aufregendes. Ich mag gerade mal ein bisschen äh... Gieß das an. Schnellstart, los für die Leute. Tu es. Die Leute finden. Nee. So. Mach jetzt gerade mal ein bisschen musikalische Untermalung während des Deathmatches an. Deathmatches. So. Ähm. Freunde. Da kommen keine Leute. Ja, das ist scheiße. Dann starte so. Okay. Na, da verliert er doch. Tja. Das Risiko muss mal eingehen. Ja, dann starten wir doch. Nee, du hättest auch alle gegen alle machen können. Nee. Nee, bei denen. Hab ich jetzt verliert. Ach du scheiße. Oh, nee. Ich freu mich. Wie geil ist das denn? Warte mal. Ich muss dies. Rockstar muss mich hassen. Ich immer. La... Jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Okay. Ich werde jetzt mal dem Klischee gerechten können. Luca, hallo. Muss ich auf dich schießen? Ich glaube, ich muss nicht auf Luca Dora schießen, oder? Oh, der hat die Pistole. Ach, gar nicht so. Was hab ich denn ne Pistole, Alter? Was ist denn hier passiert? Ich hab meinen ersten Kill. Erster Kill. Erster Kill. Steht halt auf. Ja. Nee. Nein. Wir müssen das Ding gewinnen. Drin weiter, Marvin. Drin weiter. Es ist ziemlich still. Oh, ja. Ja, das ist halt das Dämliche an Deathmatches, weißt du? Ja, das stimmt schon. Das ist halt das richtig Dämliche. Nein, warum lehnt ihr denn nach? Stirb! Was habt ihr denn für Pistolen, bitte? Warum schießt ihr jetzt schneller? Ja. Das ist, äh... Das Spiel erkennt Noobs wie uns und macht einen Ausgleich. Ist einfach so. Hm, warte ab. Er nennt ihr diese Pistolen als Black Guns. Hey, hey, hey. Seid mal vorsichtig, ja? Mit solchen Äußerungen hier. Das meine ich nicht. Ich hab hier verboten, Black zu sagen. Oder Nigga, oder sonst was. Nee, lass auf das Wort. Das ist mir scheißegal. Lass mir doch von dir nicht den Mond verbeten. Doch, das lässt du. Nein. Oh nein. Denk dran, ohne Gummi, Alter. Ohne Gummi. Dominik macht's nur ohne Gummi. And auf! Statt gleich geht. Was? Alter. Denk dran, Henry. Wenn du abbrustst, tut's weh. Mehrmals. Dominik ist ein Spast. Alter, Maul. Der versteckt sich. Gar nicht. Ich bin schon wieder unterwegs. Das ist nicht wahr. Ich hab nur noch nicht zufrieden. Wer hat die dicksten Eier in der ganzen Welt. Reichlich großmütig. Nein, Alter. Ja, geh doch in Deckung. Geh doch in Deckung. Ich bin das Realfilm. Was zur Hölle. Was war das für eine verfickte Scheiße. Blechskillt, Nigel. Hock dir da hinter seiner Mauer, Alter. Ich hoc hinter meiner Mauer. Ich werd geschossen. Ich werd geschossen. Ja, so wie ich das sehe. Ey, das ist scheiße, nur mit Pistolen, Alter. Aber ich konnte nichts einstellen. Und drüber. Jupp. So. Ich dich jetzt auch noch kriege, ne? Yeah. Fuck it, shit, man. Boah, das war lustig. Das könnt ihr öfters machen. Das hab ich gar nicht gesehen. Alles fürs Team. 0,80,5. Alter. 80,4. Oh Gott, in dem Zusammenhang. Ernsthaft? Ja, das war's heute mit Schlafen.